Hat eigentlich eine Profi-MMA-Kämpferin eine Chance gegen einen normalen oder vielleicht einen eher schwächeren Mann? Das ist eine sehr interessante Frage, die immer wieder gestellt wird und meistens gibt es zwei Seiten. Die einen glauben, sobald er mal Kampfkunst macht, kommt es überhaupt nicht mehr auf die Größe an. Und die anderen glauben, ein Mann gewinnt ganz generell gegen eine Frau. Und immer wenn wir sehen, dass eine Frau gegen einen Mann gewinnt im Training oder Wettkampf, hat es der Mann nicht so ernst gemeint. Und lasst euch ein cooles Beispiel zeigen, das mir mega gefällt. Nämlich hat diese Frau, diese hübsche Brasilianerin hier, Poliana Viana, UFC-Kämpferin in der Gewichtshasse bis 52kg-Kröpfchen, kleine, dünne, niedliche Frau, die wurde überfallen von einem Gangster, einem Mann. Ui, 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 der wollte ihr Übles antun und was ist passiert? Sie hat sich gewehrt. Und, naja, so sah der Typ nachher aus, der den ziemlich dummen Fehler begangen hat, sich mit einer professionellen MMA-Kämpferin anzulegen. Und wisst ihr, fast immer bei so Trainingsvideos ist es meistens Grappling, weil Profikämpfer wird fast nie ein Anfänger schlagen, sondern lieber nur Grappling. Und die Leute sagen immer, ja, aber was wird nicht geschlagen? So sieht es aus, wenn eine Profikämpferin von 50kg einen Mann verprügelt, wenn sie auch Schläge benutzt, anstatt nur Grappling. Dann sieht das so aus. Und ja, wir können davon ausgehen, dass die das ernst gemeint hatten, dass das ernst war, weil sonst würde er am Schluss ja nicht so aussehen. Also, ja, absolut. Eine Profi-MMA-Kämpferin, sie müsste bei weitem nicht mal Profi sein. Eine einigermassen gut trainierte Kämpferin würde einen durchschnittlichen normalen Mann einfach zusammenknoten, wie eine Fliege beim Anzug, wie sie gerade so will. Und am Schluss immer noch hübsch lächeln und schön das Röckchen richten und einfach weiter den Cocktail schlürfen.